In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine K-Prim-Choice-Frage in Ilias erstellen. Die K-Prim-Choice-Frage unterscheidet sich zur Multiple-Choice-Frage darin, dass bei diesem Fragentyp voreingestellt immer vier Antwortoptionen vorhanden sind, zu denen jeweils mit zwei Auswahlmöglichkeiten, beispielsweise richtig oder falsch oder zutreffend oder nicht zutreffend, Stellung genommen werden muss. Dies kann automatisch ausgewertet werden. Der Typ K-Prim eignet sich besonders, wenn ein Sachverhalt geprüft werden soll, bei dem mehrere Aspekte gleichsam bedeutend sind. K-Prim-Fragen weisen hohe Schwierigkeitswerte auf, da jeweils vier Entscheidungen pro Frage getroffen werden müssen. Sie können die K-Prim-Frage direkt in einem vorher angelegten Test oder in einem Fragenpool erstellen. Fragen aus dem Fragenpool können später in verschiedenen Tests eingesetzt werden. Um eine Frage anzulegen, klicken Sie auf Frage erstellen. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Fragentyp K-Prim aus. Anschließend klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie den Titel der Frage ein. Dieser kann in einem Test angezeigt werden und dient der späteren Suchfunktion. Eine optionale Beschreibung wird in der Auflistung der Frage im Fragenpool sichtbar, jedoch nicht im Test. Jeder Fragentyp besitzt einen Editor zum Gestalten der Frage. Sie können damit zum Beispiel Ihren Fragentext formatieren, in Tabellen strukturieren oder Bilder einfügen. Sie können die Frage mit einem Aufgabenstamm einleiten, der in die Aufgabe oder das Thema einführt und alle zur Beantwortung relevanten Informationen enthält. Nun folgt die Frage. Diese muss eindeutig lösbar, verständlich und positiv formuliert und ohne das Lesen der Antwortoption zu beantworten sein. Unter der Bearbeitungsdauer können Sie angeben, wie viel Zeit die Beantwortung der Frage in Anspruch nimmt, um später einen Richtwert für die maximale Bearbeitungsdauer eines Tests zu ermitteln. Bitte beachten Sie, dass diese Angabe nur zu Planungszwecken dient und keinen Einfluss auf die tatsächliche Bearbeitungsdauer der Studierenden hat. Setzen Sie das Häkchen bei Antworten mischen, sodass jeder Aufruf der Frage die Antworten neu durchmischt. Wählen Sie unter Optionsbezeichnungen die entsprechende Bezeichnung für die Entscheidungsoption und geben Sie die Punkte an, die beim richtigen Auswählen der Antwortoption vergeben werden sollen. Im nächsten Schritt geben Sie bei der Capron-Frage die vier Antwortmöglichkeiten ein. Sie können diese optional auch durch Grafiken einrichten. Antwortoptionen können richtig oder falsch sein. Falsche Antwortoptionen, sogenannte Distraktoren, sind für die Schwierigkeit einer Aufgabe wichtiger als richtige Antwortoptionen. Sie sollen in Bezug auf die Frage unwissenden Studierenden plausibel erscheinen, ohne die wissenden Studierenden zu verwirren. Alle Antworttexte sollen eindeutig und prägnant, grammatikalisch auf die Frage abgestimmt, aus dem gleichen Themenbereich ähnlich lang formuliert sein und keine Ähnlichkeit von Wörtern in Aufgabenstamm oder Frage beinhalten. Ordnen Sie den Antwortoptionen die Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel richtig oder falsch, zu. Nur wenn alle Aussagen richtig bewertet wurden, erhalten Prüflinge die volle Punktzahl. Ansonsten wird die Frage mit Nullpunkten bewertet. Es wird hier also nicht die Kenntnis von einzelnen Elementen der Frage geprüft, sondern die korrekte Verbindung dieser Elemente, beispielsweise in einem Konzept. Lassen Sie das Häkchen bei der Halbpunktebewertung aktiviert, wird bei drei von vier richtigen Antworten die halbe Punktzahl vergeben. Dies ermöglicht eine differenzierte Bewertung der Prüflinge und eine weniger strenge Bewertung, kann aber die Validität der Prüfung verringern. Legen Sie die Frage nun mit Speichern und Zurückkehren an. Über die Vorschau können Sie Ihre Frage so sehen, wie sie im Test aussehen wird. Möchten Sie Ihre Frage zu einem späteren Zeitpunkt verändern, können Sie dies entweder direkt im Test oder im Fragenpool machen. Geänderte Fragen im Test werden dort direkt aktualisiert und optional im Fragenpool angepasst. Geänderte Fragen im Fragenpool werden nur ins zukünftigen und nicht in laufenden Tests angepasst. Geänderte Fragen im Test